Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute möchte ich euch gerne ein paar YouTube-Kanäle vorstellen, die ich mir anschaue. Mich wurde gefragt, was guckst du dir da auf YouTube so an? Und ich finde es selbst interessant, wenn andere ihre Kanäle vorstellen, weil YouTube ist ja ein Meer. Und da gibt es so viele tolle, unentdeckte Kanäle, ob groß oder klein, ist egal. Aber es gibt sehr, sehr viele tolle Kanäle. Und deshalb möchte ich heute ein paar vorstellen, die ich mir anschaue. Ich bin aber auch gespannt über euer Feedback. Welche Kanäle könnt ihr empfehlen? Was schaut ihr euch an? Zu welchem Thema? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, um das Video jetzt nicht zu lang zu halten. Ich habe heute übrigens einen virtuellen Hintergrund. Es sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich mich jetzt hier so bewege, dann ist auf einmal, ja, dann ist irgendwie die Hälfte weg. Aber ich hoffe, es ist in Ordnung von euch. Und zwar fange ich direkt an. Der erste Kanal, den ich mir anschaue, ist von Veit Lindau. Ich mache hier aktuell eine Ausbildung bei ihm. Zum integralen Coach. Und die Ausbildung dauert knapp zwei Jahre. Ich habe jetzt schon ein Jahr hinter mir. Und so bin ich auch auf ihn gekommen, dass er einen YouTube-Kanal hat und schaue mir da all seine Sachen an und finde es nicht all seine Sachen. Also ich muss dazu sagen, alles, was ich euch heute hier vorstelle, heißt nicht, dass ich mir alle Videos anschaue. Dafür habe ich keine Zeit. Ich glaube, euch geht es genauso. Auch jeder, der mir gerade zuschaut, schaut sicherlich nicht all meine Videos an. Vielleicht kommt es mal hier und da vor, dass man alle Videos schaut. Aber ich schaffe das einfach sonst im Alltag nicht. Ich finde Veit Lindau sehr interessant, weil er viel zum Thema Beziehung macht, zum Thema Selbstliebe macht, auch ganz viele Meditationen. Es gibt viele, die finden ihn nervig, weil er eine nasale Stimme hat. Mich stört es nicht. Ich finde die Meditation eigentlich ganz gut. Und die Videos, wie gesagt, hier und da höre ich mal rein. Finde ich auch spannend. Und ich höre jetzt gerade den Laptop ein bisschen am Rattern, weil ich schon sehr viel heute mit dem Laptop gearbeitet habe. Ich hoffe, dass ihr das nicht hört im Hintergrund. So, ich gehe ganz schnell durch, damit ich das Video kurz halte. Ich werde euch die Kanäle auch nochmal einblenden. Dann höre ich mir an den Marco Hümer. Ich glaube, der heißt jetzt Marco Lorenz, habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Den verfolge ich schon etwas länger. Zum Thema Astralreisen, zum Thema Frequenzen. Ich habe auch einige Frequenzen von ihm, mit denen ich meditiere, dass das Gehirn ein bisschen zum Entspannen kommt. Der macht auch so alternative Themen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, was das für Wirkungen hat, Seelenreisen. Finde ich sehr, sehr spannend, was er macht. Kann ich auch nur empfehlen. Dann haben wir Blaupause. Auf die bin ich jetzt erst kürzlich gekommen. Zur aktuellen Zeit haben die viele Videos gemacht. Die machen aber auch Persönlichkeitsentwicklungen. Die machen eigentlich ein breites Spektrum zu alternativen Themen, die auch mich interessieren. Auch hier schaue ich mir nicht alle Videos an, aber es gibt einige, die finde ich schon sehr, sehr spannend. Dann haben wir zwei Kanäle, die sich sehr ähneln. Und zwar einmal Welt im Wandel und neue Horizonte. Die machen auch alternative Themen, die eigentlich ganz interessant sind. Also die Kanäle, die ich euch hier vorstelle, die ähneln sich eigentlich alle in eine Richtung. So die Themen, die mich interessieren. Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, alternativ, wie man sich heilen kann und so weiter und so fort. Dann habe ich hier eine ganz tolle Frau, die Dagmar Neubronner. Die hat selber zwei Söhne, die mittlerweile aus dem Schulalter raus sind. Ich glaube, die müssten jetzt so 20 sein. Die hat es geschafft, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken. Macht ganz viel zum Thema Kindererziehung. Die ist da ein Profi. Also ich habe vieles von ihr lernen können zum Thema Kindererziehung. Und die kann ich empfehlen. Aktuell macht sie nicht so viel zum Thema Kindererziehung. Was ich gesehen habe, ist, sie macht aktuell zum aktuellen Thema. Irgendwie fast täglich eine halbe Stunde geht sie da live. Das schaue ich mir jetzt nicht so wirklich an. Aber eher, wenn dann was wieder zum Thema Kindererziehung ist. Das ist sehr interessant für alle, die Kinder haben. Dann gehen wir weiter. Ich habe hier noch ein paar Kanäle, nicht mehr viel. Der Kai von krank war gestern. Das ist auch ein Kanal, den ich jetzt gefunden habe zu den aktuellen Themen. Er beleuchtet sie aus einer anderen Perspektive. So, dass du keine Angst mehr hast von dem, was gerade da draußen passiert. Er erklärt es aus einer anderen, wie gesagt, Perspektive. Ich wiederhole mich gerade nochmal. Dass all das, was gerade passiert, Sinn macht, weil die Welt sich gerade verändert. Es ist sehr, sehr spannend, was er da erzählt. Guckt es euch einfach an. Ist vielleicht nicht für jedermanns Sache. Ich finde ihn sehr, sehr toll. Dann haben wir Pierre Frank. Also, wenn ihr einen Kanal abonnieren solltet, dann ist es der Pierre Frank. Den hatte ich schon mal empfohlen. Der macht zum Thema Wünsche, gesetzte Anziehung, Partner finden. Also, er macht echt tolle Sachen. Sehr sympathisch. Er hat eine ganz sympathische, nette Frau, die Michaela Merken oder so heißt sie. Ich habe seine Bücher gelesen zum Thema Wünscheerfüllung, Wünsche anziehend. Verschiedene Bücher hat er geschrieben. Gibt es auch einige davon auf Audible. Sehr, sehr spannender Mann, weil er das sehr gut erklärt. Er erklärt das sehr gut, gibt viel Wissen kostenlos raus und bietet aber auch Seminare an. Aber trotz allem finde ich, dass er sehr, sehr viel Wissen rausgibt. Und da kann man sehr viel lernen, nur von seinen Videos. Also, Pierre Frank werde ich euch alles unten verlinken. Zieht euch den rein. Der Typ ist echt klasse. Echt klasse. So, dann haben wir den Coach Cecil. Den gucke ich ab und zu rein. Ich schaue mir nicht all seine Videos an, aber es gibt Videos, die finde ich interessant. Das war gerade die letzten Monate zum aktuellen Thema. Hat er ganz viel aufgedeckt, weil er selber sehr viel recherchiert hat. Und da habe ich einiges von ihm lernen dürfen zur aktuellen Zeit. Wer steckt hinter dem RKI-Institut und so weiter und so fort. Da hat er gute Recherchearbeit geleistet. Dann haben wir noch zwei Kanäle. Und zwar einmal Dieter Bröersnau. Der hat einen neuen Kanal. Ich weiß nicht, was mit dem alten ist. Die Webseite von ihm ist auch irgendwie beschlagnahmt worden. Ich finde ihn auch sehr interessant. Seine Bücher habe ich auch einige schon sogar vorgestellt. Er macht auch tolle Sachen, auch zu aktuellen Themen, anders beleuchtet. Er hat noch nicht ganz so viele Videos, aber diejenigen, die er drauf hat, sind auch sehr interessant. Und dann zum allerletzt die Hicks. Die Esther Hicks, sie channelt den Abraham. Abraham auf Englisch. Und es geht um das Gesetz der Anziehung. Sie hat ganz viele Videos, aber alle auf Englisch. Hier seht ihr meine Bücher im Hintergrund. Sieht ja auch geil aus. Zum Thema Gesetz der Anziehung, Partner anziehen, Erfolg, Gesundheit, Abnehmen. Eigentlich alle Themen, breites Spektrum, tut sie alles abdecken. Einfach googeln. Auf YouTube gibt es auch ein paar schöne Meditationen, die ich mir manchmal anhöre auf Englisch. Da gucke ich immer, dass es halt was Neues ist, was mir Spaß macht. Und da habe ich auch sehr, sehr viel lernen dürfen zum Thema Gesetz der Anziehung. Das sind die Kanäle, die ich mir aktuell anschaue. Ich bin sehr gespannt, was du für Kanäle dir anschaust. Die schreibst du mir doch gerne unten rein. Ansonsten, wenn dir dieses Format gefällt, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Abend, einen wundervollen Tag und bis bald zum nächsten Video. utta Da Bis zum nächsten Mal.